Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fabledome. Wir haben Winter bekommen. Wow. Okay, das ist krass. Jetzt ist es natürlich schön kalt draußen. Wütende Wälder. Ähm, ich werde Hilfe schicken. Wir schicken lieber mal Hilfe. Jetzt habe ich es doch ein bisschen laut gemacht, glaube ich. Wann machen wir es wieder ein bisschen leiser. Wir brauchen auf jeden Fall noch einige Fische. Wir haben ja jetzt noch Leute. Ja, einen zumindest. Hat sich das aufgeteilt? So. Sehr gut. Ähm, von nun an rechnet eure Familie mit regelmäßigen Zahlungen Höfe. An die Familienkasse. Bürger. Die nächste Fabling-Klasse ist der Bürger. Bürgerhaar leben in Stadthäusern, zahlen mehr Steuern und können kompliziertere Arbeiten erledigen. Sie haben aber auch höhere Ansprüche, um zufrieden zu sein. Wohnkomplex, Mittelpunkt des Stadthausgebietes. Arbeiter versorgen die umliegenden Häuser mit Ressourcen. Stadthaus. Die zweite Wohnungsstufe. Passt sich automatisch an die Umgebung an. Die Bewohner zahlen hier höhere Steuern als in einem Gehöft, haben aber auch höhere Ansprüche. Stadtleben wird als Ressourcenvermittler genutzt. So können die Wege der Arbeiter in einem Gebiet verkürzt werden. Stadtbund versorgt Stadthäuser, Umgebung mit Wasser. Abwasserkanal bietet Abwasserversorgung für die Stadthäuser in der Umgebung. Abgerundete Kopfsteinpflasterwege. Fable-Linge laufen auf Straßensteller und werden versuchen, vorrangig auf Straßen zu laufen. Dieser Straßentyp ist perfekt für Stadt- und Schlossgebiete. Fable-Linge laufen auf der Straße. Okay, wow. Stadtplanung. Ähm, ich bin jetzt etwas überfordert, aber okay. Wir haben noch zwei Tage, was? Wo sind denn all die Fische? Warum fangen die denn hier nichts? Arbeitet in einem angenehmen Tempo. Ist das, weil Winter ist, oder was? Jetzt fehlt es mir echt an zehn Fischen. Ich glaube es ja nicht. Aber es ist keine. Die sitzen hier alle nur. Kann man im Winter keine Fische fangen? Ach, hier sind keine Fischvorkommen mehr. Ja, es wird mir jetzt schon abgezogen, sehe ich gerade. Okay, wo fangen wir denn mal an mit dem Wohnkomplex? Machen wir den hier hinten hin? Oder hier so? Wohin geht das denn genau? Bis da. Hier ist halt, warte mal. Da ist ein riesengroßes... Huch. Huch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier. Hier, da ist ein riesengroßes Gebiet ohne... Irgendwas. Was ist das? Der verlorene Schuh. Aha, unser Held. Den kennen wir ja mal. Das hier untersuchen lassen. Ich wusste gar nicht, dass das so geht. Oh, guck mal, jetzt läuft der hier hin. Ich habe einen einzelnen Schuh gefunden, der wohl verloren wurde. Er ist klein, scheint aber wertvoll zu sein. Es wird sicher. Nicht leicht, die Besitzerin zu finden, aber sie wäre bestimmt dankbar. Den Schuh verkaufen. 200 Münzen ist natürlich ein bisschen was, ne? Ne, wir nehmen mal das Edelmut. Bürger sind nun verfügbar. Wartet mal, wir sollen ein Wohnkomplex bauen. Wohnkomplex. Der Wohnkomplex ist der Mittelpunkt für Häuser der nächsten Stufe. Stadtläden sind auch Teile. Hier werden Ressourcen gelagert. Außerdem machen sie die Umgebung attraktiver. Warum ist das jetzt hier rot? Was heißt rot? Da ist ja dunkelrot. Ach, weil hier diese anderen Häuser sind. Ach so. Die wollen nicht in der Nähe davon wohnen. Okay. Gut, dann machen wir das mal. Dann machen wir das mal da hin. So, dann machen wir hier einen größeren Wohnkomplex hin. 12 gehen maximal. Stadtladen. Dann machen wir das mal hin. Attraktivität des Gebietes. Eingang zum Innenhof. Ja, da reicht ja theoretisch einer. Wo ist denn der andere? Darf dieância? Müssen ja theoretisch zwei sein. Einer ist ja schon drinnen. Ich weiß nämlich nicht, wie rum die gesetzt werden müssen. Ob nach innen oder nach außen. Seht ihr hier irgendwo eine Tür? Stadthaus. Schäftigt ein Bürger, wird als Ressourcenvermittler genutzt, so kennen die Wege der Arbeiter. Das müsste ich aber, wenn er dann auf die andere Seite machen. Attraktivität, das... Dann machen wir mal zwei von hin, wenn das mehr Attraktivität... Oh Gott! 571! Halleluja, ist das teuer! Okay, ähm... Bearbeitungsmenü verlassen. Äh, es ist definitiv viel zu teuer. Stadthaus. Achso, das sind dann zehn Häuser. Herbeck, zwei Bewohner. Uh, es sind natürlich einige, ne? Berate mal. Das machen wir nochmal weg. So, das gucken wir mal. So kostet es schon 100. Oh, es hat sogar einen Stadtladen mit drin. Dann bauen wir das erstmal. Ja, wir bauen das erstmal und dann schauen wir. Abgerundeter Kopf... Eckige Kopfsteinpflaster. Wie sehen die Abgerundeten aus? Will ich auch mal sehen? Ich will die Abgerundeten sehen. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... das kostet auch geld ja baut ein stadthaus baut ein stadtladen ist auch ersten bürger willkommen gut das dauert jetzt wir können theoretisch hier noch mal so arbeiter dinge rein mann arbeitshütte jetzt sind wir wirklich grenzwertig an der existenz da müssen wir echt noch mal gucken fünf steine und so ist es wert alle neu ankündige das heißt wir brauchen viele freie häuser so wir brauchen hier noch mal unseren helden holzkarren freigeschaltet ich spreche noch mal ein paar beiwohner konnte man das nicht aber auch hier noch mal irgendwie limit tun wir die gleich dafür hinzufügen warum sitzt ihr hier habt ihr nichts zu tun hallo ach guck mal was ist denn das das habe ich ja noch gar nicht gehabt oh das ist jetzt schlecht das ist jetzt mies jetzt geht es hier ein bisschen vorwärts wir brauchen hier so ein ach herrje hier ein steinmetz ich brauche dringend mal ein bisschen geld wir kommen schon aber jetzt an geld dran die blumenzucht bringt die mir was nägel eine schöne doch nutzlose blume wenn ich das jetzt verkaufe kriege ich dann geld werden zurück erstarrt jedoch die materialien verloren das ist ja kein problem okay tun wir euch zwei hier mal rausnehmen 334 münzen haben wir dafür zurückbekommen okay dann bauen wir den jetzt mal hier hin oh nein wie ärgerlich ich hätte schon die ganze zeit das ist wieder so was das kann auch echt nur wieder mir passieren das problem ist ich muss jeden tag die bewohner annehmen in fünf tagen kommen die nächsten ich müsste halt häuser noch bauen attraktivitäts ansicht okay also hier können wir noch ein haus hin bauen kostet auch alles geld ne ich glaube nicht dass das hier in irgendeinen bereich rein fällt ja da fällst du nämlich nicht rein und da auch nicht das heißt hier könnt auch noch ein haus hin ach das ist ein hühnerstall ne na gut wir müssen ja ein bisschen platz jetzt machen für die nächsten die ankommen in den ihr bruch erhaltet senkt den münzbetrag den ihr pro woche erhaltet senkt den münzbetrag den ihr pro woche erhaltet Uh, das ist natürlich, äh... Ja, okay, wir machen das so. Ja, genau. Die müssen jetzt weniger zahlen. Das heißt, wir haben mehr Einkommen. So, und wenn der dann hier gebaut ist... Dann geht's hurtig, weil ich brauche ganz viel davon. Oh nein, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bräuchte dafür noch so ein größeres Ankommen. Nee, 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 hier wird nichts abgewiesen. Hier kann auch nur einer drinnen arbeiten. Oh, okay, das ist krass. Dann müsste ich doch nochmal einen zweiten bauen, aber ich habe, glaube ich, gar kein Geld für den zweiten, oder? Steinlager, Steinmetz, ja, 200 Münzen. Uh. Und wie viel brauche ich hierfür? Fünf, ja gut, okay. Das dürfte ja einigermaßen gehen. Gut, mittlerweile haben wir halt auch sauviele, äh, Häuser schon angebaut. Okay. Wenn ihr aber wissen wollt, wie das Ganze weitergeht, lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen nach oben da, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut! оп civilization, die Südolphod wieder. Und dann unter going.